Ich habe das meinen Kollegen, dass ich aussteige, schon vor über einem Jahr gesagt. Und im April diesen Jahres haben wir dann angefangen, nach einem Nachfolger zu suchen. Es haben sich ungefähr 350 Leute schriftlich beworben, mit Hörproben und so weiter und so fort, was so dazugehört. Der arme Eddie musste in seinem Urlaub unglaublich viele Unterlagen sichten und anhören und hat sich dann für zwölf Leute entschieden, die sich näher angehört und angeschaut werden. Die sich näher angeschaut werden, genau. Und dann haben sich meine Kollegen sich das näher angeschaut. Und von diesen zwölf Leuten hat sich dann einer durchgesetzt. Der kommt für Kölner Verhältnisse aus einem völlig fernen Land. Nämlich aus Norddeutschland, aus Kiel. Er ist noch jünger, als der Sari aussieht. Ja, aber schon volljährig. Und hat eine wirklich tolle Stimme und ich bin überzeugt davon, dass ihr ihm einen ganz, ganz netten Empfang bereiten werdet. Hier kommt der Nils aus Kiel. Er ist noch jünger, als der Sari öfter. Er ist noch jünger, als der Sari öfter. Er ist noch jünger, als der Sari öfter. Wo ich herkomm' Bleibt keinem Lang verborgen Denn ich sag' Moin Und das heißt nicht guten Morgen, ich darf mich vorstellen, denn ihr wisst von mir nicht viel. Ich heiße Nils, bin enorm, komm aus Kiel. Der neue Voice Guy kommt aus dem hohen Norden, viele wollten's werden und ich bin's geworden. Warum haben die mich genommen? Naja, ich denke, es liegt daran, dass ich den Altersdurchschnitt senke. Ich sag Moin, ich bin der neue Mann, schön, dass ich mich euch heute endlich vorstellen kann. Ich sag Moin, ich singe furchtbar gern und dann so gut singe ich mit diesem netten Herrn. Wegzuziehen, vielmehr anfangs ziemlich schwer, mir fehlen die Freunde, Familie und das Meer. Doch die Jungs haben mir gesagt, bei uns im Westen sind die Frauenmusik und wir am allerbesten. Und was ich das muss, weiß ich schon längst im Schlaf. Gut und wies, reine Zitum und alaf. Auf das, was kommt, bin ich total gespannt. Ich hoffe, ihr Fans nehmt mich ein bisschen an die Hand. Ich sag Moin, ich bin der neue Mann, hier ist der neue Mann, schön, dass ich mich euch heute endlich vorstellen kann. Ich sag Moin, ich singe furchtbar gern und dann sofort singe ich mit diesem netten Herrn. Ich sag Moin. Ich sag Moin. Ich sag Moin. Ich sag Moin. 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 Ich sag Moin. Ich sag Moin, die Nightlife guy. Applaus